Hallo liebe Städtebauer und willkommen zurück zu City Skylines in einem neuen Stadtteil vermutlich ein vermutlich das letzte das wir bauen werden denn unser Ziel ist ja die ultimative mega ultra super duper metropole und ich glaube bis dahin fehlt uns nicht mehr viel wir haben der letzten folge haben wir uns dazu entschlossen hier auch noch einen weiteren flughafen dazu zu bauen und wir machen wir hier weiter werden gesagt dass wir diese straßen hier dann auch noch gut gehen hier machen auch noch durch verbinden wollen so haben wir getan so dann wollten wir hier commercial entstehen lassen ja so viel brauchen wir ja dann eigentlich auch nimmer denke ich mal dass wir so viel dann auch nimmer brauchen es sollen hier nämlich auf jeden fall ja auch noch Bürogebäude hin ja so und ich denke der rest wird wohngebiet 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 nochmal richtig richtig tief reingreifen in die wohngebiete platzierung sollte ja sollte ja hauptsächlich ein wohngebiet werden so wir müssen so ein bisschen strom kümmern äh damit wir noch ein paar verbindungen hier hin setzen wir mal da ein zwischen ja ruhig noch davor so und diese ganzen äh windkraftwerke die wir hier gebaut haben die sollen ja eigentlich dann auch nicht unnötig sein wenn wir schon gucken dass die dann auch hier schön ins netz eingespeist werden der flughafen hat schon der kriegt das noch ein bisschen ein bisschen definitiver hier hin ja und dann machen wir halt hier schön auch noch eine verbindung rüber das wird sich dann jetzt wohl gleich hier anknipsen so was brauchen wir hier grundschule wir brauchen hier hier eine grundschule und hier eine grundschule wobei das jetzt eine arztpraxis war äh gut feuerwehr ja machen wir eine große machen wir eine große machen wir eine kleine hier hin und da hin polizei brauchen wir wirklich nur eine so jetzt aber bildung 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 grundschule grundschule auf beiden seiten oberschule auf beiden seiten und da wird auch zeit auf der hier mal wieder eine universität rankommt die hätte ich ja ganz gerne mal wieder so zentral so warum nicht hier so der kann dann das auch weg schöne fette uni ähm was fehlt noch Müll 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 ist eigentlich abgedeckt ist eigentlich abgedeckt Schauen wir mal wenn sie Müllprobleme kriegen soo Schönheit eine Hüpfburg Hüpfburg und Hüpfburg und Hüpfburg Botanischer Garten den machen wir auch in die Mitte den machen wir auch in die Mitte so dann kann er auch jetzt das hier noch weg und ein Karussell Helleleien kann hier ran und hier ran und hier ran und was schätzen wir denn noch ordinäre Parks ganz ordinäre Parks soo in der Gas schauen wie sich das hier entwickelt ob gut oder schlecht ob grob oder fein das sehen wir nur noch so unser Budget ist jetzt natürlich etwas in die Knie gegangen weil hier die Flughäfen da hat jetzt nochmal 4.000 abgezogen und wir waren so um die 21.000 das kommt also hin und da ist natürlich jetzt auch überall noch ordentlich was dazugekommen und schauen wir mal wo sich das ganz einpendelt wir sind bei 57.000 Einwohner so so der Commercial ist hier ist hier sofort entstanden und die haben noch keine Probleme mit den Waren scheinbar sieht so aus als würde die Versorgung hier von hier unten gut laufen so das hier braucht keiner was macht unser unsere Superkreuzung jetzt müssen jetzt ja nochmal immens viel mehr Waren angeliefert werden aber das scheint auch noch das scheint auch noch zu laufen ist ein bisschen roter geworden aber das läuft ja hier halt ne hier haben wir die Verstopfung des Jahrtausends ich war hier am überlegen allerdings müsste ich dann sämtliche Busverbindungen nochmal neu machen die ganzen Straßen, Bahnhöfe, U-Bahn Stationen, Wechselbahnhofstelle das ganze abzureißen und hier stattdessen einen ganz großen lang gezogenen Autobahn Kreisverkehr zu machen mit Abfahrten und Einfahrten ins und vom Industriegebiet damit dürfte ja die ganzen Ampeln die ganzen tausend Kreuzungen der dürfte hier wegfallen hier ist schon was los hier ist schon gut, gut, gut was los so ich jetzt die Das war's für heute. Aber vielleicht kriegt sich auch hier die Stelle dann einfach wieder ein, wenn hier erstmal alles gebaut ist. Echt Bedarf an Commercial. Wo denn? Was? Jetzt kann ich sagen, dass die Uni jetzt schon voll ist. Da passen noch ein paar tausend Leute rein. Gut, öffentliche Verkehrssysteme sind hier natürlich jetzt so gar nicht. Stromnetz läuft. Das Budget hat sich auch jetzt wieder fast auf 18.000 eingependelt. Das ist gut. Wie sieht es hier hinten aus? So, mittlerweile haben die hier Arbeiter. Zumindest so überwiegend. Da sind, da arbeiten immerhin drei. Ja, drei von zwölf. Sechs von... Was bedeutet dieses Symbol? Nicht genügend Rohstoffe. Ja, dann schick mal ein paar Schiffe mehr hierher. So, das Touristen-Ding brummt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich hier noch machen... Was ich hier machen wollte... Sofern das geht... Wo ist das? Da bin ich da runtergeladen. Ein Baseballfeld. Auch geil. Komm, bauen wir mal ein Baseballfeld. So, hier wird jetzt... Hier wird Baseball gespielt. Schön. Naja, was ich wollte, war eigentlich... Einzelne Bäume. Man kann ja bestimmt irgendwo einzelne Bäume hier... Ich wollte nämlich... Hier zwischen... Wollte ich das Ganze mit schönen, großen Bäumen zutecken. So, hier ist sowas. So, hier ist es... Wie geht's? Wir gucken, was ich hier... Hier ist nagel這 paar Bühne. Als Siegeklasse-Dingau-Geräusche. Danke, ich habe noch auf den Bühne-Geräusche. Ich habe hier gegenseitiiert... Und hier überall wo Platz dazwischen ist, wenn wir hier Zugleisten. Ich denke, das lohnt sich auch, rein optisch. So, in jedem Moment haben wir die 60.000 voll. Zack. Da haben wir's. Megalopolis. Komische. Ja. Der letzte Meilenstein ist erreicht. Und das hier war das Ziel unseres Let's Plays. Den letzten, die maximale oder den höchsten Titel hier. Megalopolis. Im Grunde, ja, naja, egal. Ähm. Das hier so zu erreichen. Was bedeutet, dass das hier jetzt die letzte Folge ist. Aber liebe Freunde, wir haben auch alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben das Touristenzentrum hingekriegt. Auch funktional wird immer besser. Hier der Verkehr ist gechillt. Das war übrigens auch das wichtigste überhaupt für das gesamte Let's Play. Dass wir den Verkehr gehandelt bekommen. Und trotz, dass wir diese in diese gute Größe erreicht haben. Da bin ich echt stolz drauf. Der Verkehr läuft. Der größte Ding, die dieses, das Teil hier. Und das Verbinden von 1, 2, 3, 4, 4 Stadtteilen mit dem Industriegebiet und untereinander. Und das Ganze funktionell zu halten. Das war auch meine persönliche Bestleistung, dass das jetzt hier so alles läuft. Aber eins will ich jetzt noch gerne wissen hier. Hier bei den Flughäfen. Kann man da jetzt auch eine Linie machen? Dass man sagt, fliegt von hier nach da so? Nee. Geht nicht. Gut. Egal. Wir haben uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ausgetobt. Wir haben uns mit dem Schifffahrt ausgetobt. Wir haben uns mit den Gleisen ausgetobt. Größte Herausforderung. Eine der größten Herausforderungen war das separate Industriegebiet. Das alles versorgen soll. Hat auch fast geklappt. Wir haben hier unten noch ein bisschen was dazu gemacht. Einfach weil sie es angeboten hat. Wir haben verschiedene Baustile gemacht. Hier der Schlangenpfad. Was auch eine große Herausforderung war, wenn man die Versorgungswege bedenkt. Das hat mir auch mega Spaß gemacht hier. Das hier zu bauen und uns das Problem zu erschaffen und zu lösen. Ähm. Ja. Der neue Stadtteil läuft auch schon. Ja. Ich bin im Grunde richtig happy. Und ich denke. Wenn ich hier so drüber gucke. Das was wir hier alles gemacht haben. doch schon. Man als ein zufriedenstellendes Ergebnis betrachten kann. Gut. Jetzt ist hier gerade wieder die riesige Arbeitslosigkeit. Aber das ist mir jetzt alles egal. Ähm. Wir haben fertig. Lange Rede. Kurzer Sinn. Ich bedanke. Ich möchte mich jetzt noch mal nachträglich für diese fünf verlorenen Folgen kurz vor Schluss entschuldigen. Also das ganze hätte noch ein bisschen länger gehen können. 50 Folgen waren angedacht für dieses Let's Play. Das hier dürfte jetzt Folge 55 glaube ich jetzt sein. Plus fünf wären wir bei 60 gelandet. Ähm. Naja. Also Absicht war es keine. Es tut mir auch leid, dass diese fünf Folgen verloren gegangen sind. Ähm. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommentieren. Für die Likes. Fürs Zuschauen ganz generell. Ich hoffe ich konnte euch gut unterhalten. Und ich hoffe ihr hattet so viel Spaß an der ganzen Geschichte wie ich. Ich meine ist mein City Skylines ist jetzt ja natürlich nicht mehr. Nicht mehr das neueste. Spiel hier gewesen. Hat schon zwei, drei Jahre jetzt auch schon hinter sich. Umso mehr hat es mich gefreut. Und dass hier einige zugeschaut haben. Und. Wer bleibt nur noch. Mit den Worten zu schließen. Mit denen ich jedes Let's Play beende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns an einem anderen Tag. In einem anderen Let's Play. Ich bin Mark High. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.